Im Lagerhaus Großbrand war das Szenario bei der Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Saloui. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Trainings der Vierlöschbezirke standen Menschenrettung und Brandbekämpfung, aber auch das Abschirmen von Gebäuden und Fahrzeugen, um zu verhindern, dass Flammen überspringen. Übungsobjekt war das Einrichtungshaus Ikea. Ebenfalls teilgenommen an der Übung hatten die Feuerwehr Ennsdorf und das Rote Kreuz.